Hallo Leute, Universal hat uns engagiert, ein professionelles Video zu machen. Wir werden weder Kosten noch Mühen gescheut, einen waschechten Strand herzustellen, auf Basis eines Spielplatzes. Also hochmoderne Technologien am Werk. Ach komm, ich mach mal mit. Guck, sieht auch aus wie ein Strand und gar nicht wie eine Baustelle, wo irgendwie ein Gabelstapel drüber ist. Ach Quatsch. Aber halt hier so ein Kettenfahrzeug, wisst ihr was ich meine. Opa Klaus, mach jetzt aus. Nicht übel.